Weil die letztjährige Mystery-Kampagne so ein Erfolg war, haben wir uns entschieden, sie das Jahr wieder zu machen. Der wichtigste Part dabei ist, spielen wir unsere Partner. Nach mehreren Videocalls und ein Haufen Mails sind sie definiert gewesen und wir freuen uns auf die neuen Brands, die das Jahr mit im Boot sind. Jeder von Ihnen hat den Traveller-Rucksack mit passenden Produkten zum Thema Sustainable Travel gefüllt. Bist du schon gespannt? Welche Brands dabei sind, verraten wir dir, aber welches Produkt ihr erwartet, bleibt bis zum Erhalt ein Mystery. 25 nachhaltige Produkte erwarten die Mystery-Traveller. Willst du auch für eine Überraschung sorgen, dann share die Mystery mit deinen Liebsten an Weihnachten. Insgesamt haben wir dieses Jahr vier Mystery-Backpacks im Wert von über 1'000 Franken, die du für nur 300 Franken kaufen kannst. Aber bevor es so weit ist, müsst ihr sie als Community mittels eurer Social-Media-Challenge freischalten. Sobald sie erreicht ist, wird ihr zum Kauf freigeschalten und wir kommunizieren da über unsere Instagram-Story. Also ja, du musst wirklich mega schnell sein, weil es läuft ganz unter dem Motto, der schneller ist der Geschwinder.